Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knoop in Knoops Kultliga. Zum Bierschinken-Pokal nachher eine Wanne. Ich sage, komm, fahr mit. Dann wird es wieder spannend in der Bundesliga. Badekappe. Geil. Was ist das denn? Kommt da angeschwommen. Geil. Meisterschale will keiner haben. Nehme ich sie. Bayern verloren. Also quasi unentschieden. Mit Protz im Tor und ein wunderschöner Trick vom Schwein, die im eigenen 16er zum 1-1. Ich spiele ein gutes System, die Bayern. Gefällt mir. Geiler Wellnessbereich hier. Vom BVB. Nur das Wasser hat natürlich die falsche Farbe. Aber nächster ist das Wasser komplett gelb. Apropos Schalke verliert. 0-1 gegen Hamburg. Zum ersten Mal mit dem jüngsten Schalker Spieler mit Draxler. 17. Ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, der ist viel älter, viel erfahrener, dieser Draxler. Aber Van Nistelrooy vom HSV soll zurück zu Real Madrid. Mourinho hat sich gemeldet. Natürlich Blödsinn. Der hat mittlerweile angerufen und hat gesagt, wir brauchen ihn nicht mehr. Bleib da. Weil Hopp hat sich gemeldet und komplett Hoffenheim angeboten. St. Pauli gegen Freiburg übrigens 2-2. Und ich gucke gerade, wo unsere Konkurrenz bleibt. Dichtester Verfolger vom BVB ist der Andromeda-Nebel. Ah, geil. Oh, was ist das denn? Ah, da ist gerade ein Stern explodiert. Roter Riese. Ah ne, ist Uli Hoeneß. So, Bild.de. Und jetzt mache ich erstmal das, was unsere ganzen Gegner alle nicht mehr schaffen. Ah, ich bring mich selber zum Schwitzen. Aber hier, Jacke lasse ich an. Alles klar, bis nächste Woche. Euer Kloppo. Sebastian! Ach so, mach mal Champagneraufguss. Na klar, wir haben gewonnen. Matze Knob. Sein erstes Buch. Wer ich bin und das sind viele. Dieter Niki, der Kaiser Lady Gaga oder Cristiano Ronaldo. Matze Knob verrät, was wirklich hinter den Lichtgestalten steckt. Wer ich bin und das sind viele. Das erste Buch von Matze Knob. Ab jetzt im Handel. Mehr Rat kann man nicht geben. Amen.